Wie ist das denn dort hingekommen? Ah, da bist du ja. Die anderen sind schon seit Tagen hier. Es ist Zeit für die Jagd und du sollst von ihr teilen. Ich habe nur die Hürrischen zu meiner Jagd geladen. Karius aus dem Kaiserreich, Herzfang von den Skal, dem Eisriesen Karstrak und dich. Du hast mich als ein würdiger Jäger erwiesen. Daher soll mir diese Ehre zuteil. Du sollst nun mit den anderen den Weg in mein Jagdrevier schieben. Nur einem von euch wird die Ehre zuteil werden, mit den Größten aller Jäger zu kämpfen. Während der Blutwut hoch am Himmel steht. Die anderen sind bereits aufgeblieben. Seht euch vor, meine Jäger sind ebenfalls dort, noch sie dürstet es nach Blut. Vielleicht sehen wir uns wieder. Geh! 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 Schuss! Und ich lasse euch vielleicht am Leben. Das wird ein Schmerz. Ich habe hier ein Mittel gegen deinen Fluch. 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 Geben deinen Fluch! 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 Tötet das Vieh! Sie fühlt es sich an, wenn der Tod nahm! Au! Ihr seid ja schon fast tot! Tötet das Vieh! Feiert, treibt eine Runde! In der Nähe der Runde! Soit wird es möglich sein! Das war's für heute. Zu den Göttern mit dir. Töte! Zu den Göttern mit dir. 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 Du kannst ihn mit dir. Zu den Göttern mit dir. Du hast zwar meine Erscheinungsfragen besiegt, aber ich komme wieder. Der Blutbord wird wiederkehren. So drehen Sie sich doch an Ihrer mit jeweiligen Frieden nach Freien. Der Kehr wird wiederkehren. Die Kreaturen sind fort und das Land ist geeint. Der große Schöpfer ist sicher zufrieden. Der Kehr wird wiederkehren.